Wie steht es aktuell um Prinzessin Kate? Vor wenigen Monaten macht die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William besorgniserregende News publik. Sie hat Krebs und unterzieht sich einer Chemotherapie. Seither nimmt die Dreifachmama keine öffentlichen Termine wahr und konzentriert sich auf ihre vollständige Genesung. Ein paar Monate müssen die Royal Fans auch noch auf ihr Comeback warten. Laut Freunden soll die 42-Jährige ihre königlichen Pflichten im Herbst dieses Jahres wieder aufnehmen. Es scheint ihr zudem bereits besser zu gehen. Langsam kehrt sie wieder zurück in ihren Alltag und zur Normalität. Ein Beweis dafür, nach rund 60 Tagen wird Kate kürzlich erstmals wieder gesichtet. Zusammen mit ihren drei Kids George, Charlotte und Louis erwischt ein Insider sie bei einem entspannten Einkauf. Offenbar nimmt sich Kate noch ein wenig Zeit für sich und ihre Liebsten, bis sie bald hoffentlich wieder voller Kraft zurück in die Öffentlichkeit kehrt.